So, wir sind hier irgendwo in der Nähe von Hamburg, auf irgendeinem Feld, es ist Nacht, es gewittert, ich baue einen Tisch auf. Keine Ahnung, was genau das hier heute wird, aber wir drehen das Video zu Zukunftsmusik und ihr dürft jetzt mitkommen. Alter, hier die Killerschraube. So, Freunde des Glückes, ich habe den Tisch aufgebaut. Ich glaube, ich hätte Muttern verwenden müssen, habe ich aber nicht. Ja, Eberbewertet, oder? Absolut, auch nicht. Glaubst du, der steht? Bist du zufrieden mit deinem Tisch? Ich bin sehr zufrieden. Habe ich selber gebaut. Aufgebaut. Zumindest. Warnung vor starkem Gewitter. Ja. Ich habe halt echt Angst, dass wir jetzt hier, also ich würde halt, wenn es jetzt wirklich die ganze Zeit regnet, würde ich halt einfach sagen, fahren wir zum Lost Place. Schmeckt's? Sicher. Ich mag euer Haus. Da ist der Film. Viel Spaß. Ach da, hängt er. So, wie diese Models bei Heidi Klum. Ja, ja, ja. Das ist so ein Maskenbild in der Kondi-Bünie-Leisten. Dann machen wir das halt jetzt so. Ich bin jetzt so weit, also sag mir, liebe Zukunft, was hältst du bereit? Dann einfach los. So weit die Beine nicht tragen, leicht wird's belohnt. Hier kommt Musik unter Maltes. Ich bin ein bisschen nervös. Wir haben ein Blanktäck, ich hoffe, du bist schön. 5 Uhr. Schwierig. Ich glaube, die Sonne geht da auf, weil guck mal, da oben am Himmel wird's echt ein bisschen nervös. Wo geht denn die Sonne auf, Digga? Wo ist Norden und wo ist... Ja, ich weiß, wie geht das Spiel euch nochmal? Hey Siri, so geht das Sprichwort. Wo geht die Sonne auf? Ne, nicht wann, wo, in welcher Himmelsrichtung geht die Sonne auf? Ja, die ist wahrscheinlich auch gerade erst aufgestanden. Ja, Osten. Osten. Ja, wo ist Osten? Osten ist da. Hast du doch jetzt geraten. Ne, weil... Da ist doch hell. Guck mal hinter euch, ist auch hell. Wo ist denn hell, Digga? Ja, da. Ja. Ja, jetzt ist überall Osten. Quasi dich im 90 Grad wegen dem Eis. Wir sind hier im 90 Grad genau da. Ja, hab ich doch gesagt. Ja, ich hab auch nochmal geguckt. Wir sind fertig. Wir haben gar keine Energie mehr, uns zu freuen. Wie viel Uhr haben wir? 20 nach 7 Uhr. Ja, 20 nach 7 Uhr. Gute Nacht. Oh mein Gott. Alter. Alter. Alter.